Oder? Könnten Brüder sein. Ich wusste immer, dass Trimax ihre ist. Immer wusste ich's. Der Chinese. Und das ist halt bei uns immer und das ist der merkt das wieder schon. Der Chinese. Also ich sag China. Du musst das Chinese. China, nicht Schi. China. Man sagt doch nicht China. China. Nicht China. Mach mal Chemie. 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 Nicht Chemie. Ist ja nicht S-C-A, ist ja Chemie. Ist ja Chemie. Chemie. Ich hab die Paulana aufgemacht am Wochenende. Eis gekühlt. Kannst du mir bitte nie wieder. nie wieder. Nur eine Flasche schicken. Ich würde gern Kasten haben. Ich will den Kasten. Das ist ja, also Paulana Spezi ist ja so geil. Hallelu. Nur der Hobbit schaut und zu. Wenn die kleinen wild mainstreamen. Komm, schau auch du uns zu. viel Erfolg, viel Spaß und habt ein schönes Leben. Bist ja nicht aus der Welt. Nur aus der EU. Ha! Verstehst du? Der war sehr gut. Komm, der war sehr gut. Der war... Er klatschig auch. Gut gemacht, Stock. Gut gemacht. Hab... Ja? Ja, bitte. Ja, mach, mach. Mach du, oder? Mach. Nee, ich mach jetzt nicht mehr. Will nicht. Was ist das denn? Komm, du bist du? Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Hör dich jetzt selber. Das ist ja, ich darf mich nicht selbst hören. Da komm ich ja nicht mehr auf dem Lachen raus. Ich gehe kaputt, das ist was geil, wie euch das. Achtung, Achtung. Herr Meckdrock, kommen Sie aus dem Haus raus. Lassen Sie den Goldschmuck von Frau Ilsegade fallen. Achtung, Achtung. Kommen Sie jetzt raus. Herr Meckdrock, Sie sind umstellt. Herr Meckdrock, was machen Sie mit diesen zwei großen Lederkoffern da? Lassen Sie die bitte fallen. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Sie sind umstellt. Jetzt. Ich lunche nur. Ich glaube nichts. Herr Meckdrock, warum haben Sie denn auch eine Flüstertüte? Die habe ich geklaut. War es das? Ich dachte, es kommt immer noch von Penny in eine Nachricht aus dem Schnitt. Keine Nachricht aus dem Schnitt. Penny, das gibt kein Geld diesen Monat. Welche Geld dafür wollte ich gerade fragen? Da gibt es keine Kohle für. Gehalt gestrichen diesen Monat. Gehalt gestrichen diesen Monat. Hallo Leute. Penny hier noch einmal. Ich bin echt traurig. Das hat mich schon hart getroffen. Wie soll ich denn nur ohne mein 2,50 Mark überleben? In der Videobeschreibung findet ihr meinen PayPulse Spenden Link. Alternativ könnt ihr mich auch bei OnlyFans abonnieren. Kappe Spaß beiseite. Danke fürs Anschauen. Macht weiter fleißig Clips. Auch von den anderen Sendungen. Denn ansonsten müsst ihr wie heute nur die Jungs ertragen. Kuss. Wie lange müssen wir uns das eigentlich anhören jetzt? fortunate. Vielen Dank.